Quats! Jetzt ist der eine tot und jetzt der zweite tot! Ha ha ha! Dener ist toll! Willkommen, meine lieben Young Guess! So, jetzt geht's hier mit F5 zu einer neuen Runde Survival Games Nummer 4 auf The Hive und zwar ganz alleine. Denn das macht einfach im Moment zwar meistens Spaß, die Sonne steht voll tief, ist das immer so? Ich weiß es nicht. Über was mache ich mir hier überhaupt Gedanken, ja? In 10 Sekunden geht's los, in die Mitte oder nicht in die Mitte? Ja, in die Mitte und dann da hoch. Da hoch, okay, okay, okay. Chill, chill, chill. Wir müssen heute siegen, ja? Heute wird gesiegt, ja? Ich hab da, ich möchte siegen, ja? Jetzt reicht mir nicht mehr hier immer so Zweiter, Dritter, ah 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 nein. Wow, die ganze Kiste von mir! Was für ein guter Start, auch wenn keine, auch wenn keine Waffe drin war. Aber immerhin schon mal die ganze Kiste nur für mich alleine? Das ist auch selten. Da hatte ich wohl etwas Glück, dass sie sich niemand anderes noch auserkoren hatte, sie anzuklicken und anzuwählen und das dann zu machen. Ne, 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 ganz alleine. Boah, lass mich durch. Mein Vorsprung. Ähm, immer noch keine Waffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei Kisten? Nein, nur eine Kiste. Waffe? Oh Gott. Äh, immerhin. 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 So, jetzt erstmal gucken, was ich anziehe. Das zum Beispiel. Aus damit an damit. Okay, zurück zur Waffe. Und, äh, haha. Rüberspringen. Ich glaube, aber es ist niemand direkt hinter mir. Muss ich gleich mal, wenn ich auf der Leiter bin, gucken. Na? Oh, 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 oh. Ich sehe niemanden. Nein, ich glaube, da ist niemand hinter mir. Na, da ist doch niemand. Quatsch. Hinter mir doch nicht. Ich habe doch alle Angst. Und eine Fischling. Erot. Unsere Rettung. Unsere Rettung. Ihr wisst ja, wenn ich eine Angel habe, dann kann es nur gut laufen. Auch wenn ich die nicht benutze, aber... Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Hier runter. Chill, mal. Alla. Alla, chill, mal. Alla, sei mal, sei mal leise, ey. Oh, scheiße, ey. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob der irgendwas hatte. Huhn, weißt du das? Ob der irgendwas hatte? Auf jeden Fall. Also, meine Rüstung ist jetzt ja nicht so schlecht, aber... Wenn der einen Steinschwert hat, bin ich ja trotzdem in meinem Arsch. Der hat aber keinen Steinschwert. Und ich glaube, dass meine Rüstung sogar echt besser ist. Scheiße, das ist hinter mir. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, 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 Gott. Ja, das war knapp. Oh, ich habe nur ein halbes Herz. Scheiße. Ist hier irgendwo jemand? Oh, Gott. Essen. Ja, schon mal ab. Oh, ich hätte nicht essen sollen. Bei mir wurde ja gesagt, mit Apfel und Golden Ingots kann man ja coole Sachen machen, ne? Äh, hat der einen Steinschwert? Nein, hat der einen nicht. Oh, da hinten kommt jemand. Ich bin fast tot. Und da ist noch jemand. Was tue ich denn in so einem Fall? Scheiße, Survival-Kips. Tipps, Tipps, Tipps und Tricks. Jetzt sofort, bitte. Oh, Gott. Mein Leben regeneriert sich schnell ab. Nein. Ah. Nein, nein, nein. Bin jemand noch hinter mir? Lass mich doch in Ruhe, Jungs und Mädels. Ah, hier rauf, hier rauf. Nein. Ah. Lauf bloß weg. Lauf bloß weg und lass mich in Ruhe. Oh, oh, oh. Sind die noch hinter mir? Haha, nie mal hinter mir. Ah. Chill, chill. Ganz ruhig, ja. Blu. Ah. Ah. Hahaha. Hier wieder runter. Und. Nein. Ah, jetzt muss ich printen. Oh, Gott. Oh, Gott. Noch einen Schlag und ich bin tot. Erinnere mich mal von Anfang an. Oh, oh. Hier ist schon einer tot. Ist er runtergefallen oder was? Ah. Jetzt hab ich ein Goldschwert, aber ich find das nicht und macht auch keinen großen Unterschied, außer dass es schöner ausschaut. Oh, und das liegt ja eh im Auge jetzt, betracht das. Oh, scheiße. Der hat keine schlechte Rüstung, zumindest hatte der Eisen an den Füßen. Und zusätzlich hatte der natürlich volles Lieben und ein Steinswert und ich nicht. Das heißt, dass wenn ich der Überpro wäre, was ich nicht bin, hätte ich da keine Chance. Meine einzige Möglichkeit. Jetzt hör ich auf zu sprinten. Gibt's doch nicht. Meine einzige Möglichkeit. Jetzt muss ich hier aber es ausnutzen. Ah. So, kleinen Vorsprung. Oh, Gott. Oh, Gott. Warum Wasser? Warum Wasser? Putz. Nein. Hingelieben. Raus. 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 Und sprinten. Okay. Der war auch im Wasser. Hab so ein Geräusch gehört, oder? War's der? Ich weiß es nicht. Oh, meine Chance jetzt hier zu entkommen. Okay. Na. Meine Chance. Meine Chance. Meine Chance. Das kostet auch unendlich an Leben, leider. Oh, scheiße. Na. Komm schon. Okay. 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 Ich bin aber gut durchgekommen. Bin gut durchgekommen. Mal sehen, ob der immer noch hinter mir ist. Ich traue mich gar nicht zu gucken. Geppeng. Geppeng. Okay. Na. Ha. Abgehängt. Batz, Junge. Ha, ha. Oder? Ich traue mich nicht zu gucken nochmal. Na. Doch. Abgehängt. Boots. Und nicht abgehängt mit Glück, sondern weil ich gekonnt durch den Wald gelaufen bin. Ja. Das möchte ich mal festhalten. Bam. Oh, erst mal was essen. Ei, 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 ei. Das war aber aufregend. Ha. Einfach abgehängt. So. Oh Gott. Da hinten ist einer. Ha. Hat er sich ausgelockt oder was? Nein, da ist er. Oh. Da oben ist noch einer. Was haben die für Sachen? Da hinten ist auch noch einer. Ah. Da ist auch eine. Ah. Ah. Ist das ein Team oder nicht? Ich weiß nicht. Wieso? Die läuft. Ist ja jetzt nicht vor mir weggelaufen. Komm schon. Das ist jetzt meine. Ah. Kein. Bleib stehen. Stehen. Ja. Rein. 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 Geh beide rein. Geh beide rein. Geh beide rein. Komm schon. Ja. Abfass. Ups. Nein. Nein. Du bist dran, Junge. Auch wenn du einen Steinschmett hast. Du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Der hat mich noch nicht so viel getroffen. Na, na, na. Ja. Jetzt habe ich einen Steinschmett. Bam. Gerettet habe ich die Runde hier nochmal. Ha. Da hinten hocken sie. Ha. Ha. Weg seid ihr. Habe ich eine. Ähm. Ich habe leider keinen Bogen. Sonst kann ich dich auch noch killen. Ha. Bam, Junge. Putz. Ha. Aber die können bis. Die können es bis ins Finale schaffen, ne. Wenn die hier aussahen, dann schaffen die es bis ins Finale. Muss ich mir mal merken, dass ich. Ah. Ich kann sie vielleicht runterangeln. Lass mal aber erstmal ein bisschen ausschalten, ob hier jemand ist. Nicht, dass jemand mich noch von hinten killt. Da mein Leben hier angeseinigt hat. Na ihr? Ey. Der eine ist jetzt glaube ich gestorben. Oder? Weil wenn ich die angel. Sozusagen. Dadurch die angel. Schubst ich die ins Wasser. Aber der eine ist glaube ich schon verbrannt. Ja. Der eine ist verbrannt. Ich merke das, ne. Wenn ich hier rüber gucken will, mache ich das so. Und sehe ich trotzdem nicht mehr. Junge, komm um die Ecke. Ich will dich doch nur angeln. Das ist eine coole Sache. Ja. Ha. Wie den Sven, ne. Mit dem muss ich auch mal wieder was machen. Angel ich den hier tot. Na. Na. Ha. Na. Aber ich glaube das geht, das Ganze geht nicht durch Lava durch, ne. Man kann nicht durch Lava angeln. Okay. Aber ich merke mir den mal. Ich merke mir den mal. Ja. Der kommt ja nicht weg. Kann sie höchstens selbst umbringen. Und zwar dann kriegen wir, weiß gar nicht, ob wir dann Punkte bekommen. Ich glaube, wenn wir ihn davor einmal berührt haben, würden wir Punkte bekommen. Die eine haben wir auf jeden Fall berührt davor. Das heißt, für die haben wir sogar noch Punkte bekommen. Wundervoll, ja. Wundervoll. Gut, gut, gut. Tod eines Menschen ist immer schade. Aber wenn ich dafür Punkte bekomme, wundert, äh, toll einfach, ne. Kann mir ja gar nichts sagen. Jetzt sollten wir hier mal ein bisschen, habe ich hier überhaupt schon alle Sachen angezogen, die ich so habe? Chain Boots zum Beispiel. Lederkappe. So, jetzt bin ich aber mal jetzt, äh, ordentlich ausgestattet. Mehr als ordentlich. Crafting. So, jetzt könnte ich in den Crafting-Dingens mal, äh, meine Äpfel. Na, stopp. Erstmal alles in Nuggets umwandeln. So. Und jetzt? Alter, das ist ja richtig Hammer. Eins, zwei, drei. Drei, 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 drei. Eins, zwei, drei. Ja, da hat man ja richtig viele goldene Äpfel, ne. Cool. Ey, das ist ja Hammer. Richtig gute Idee. Danke sehr für den Tipp in den Kommentaren, ja. Ich freue mich immer über eure Tipps in den Kommentaren. Aber sowas ist natürlich besonders geil. Äh, den esse ich jetzt aber noch nicht. Was, was bringt denn der überhaupt? Das ist ja nicht der, der special, special goldene Apfel, den man aus Goldblöcken macht. Aber immerhin schon mal einer. Ähm. Ich weiß gar nicht, ob der Regeneration macht oder irgendwie so. Aber irgendwas Cooles auf jeden Fall. Sollten wir da auf jeden Fall irgendwann mal essen. Da ist einer in der Mitte. Äh. Der hat ne, hat er bessere Sachen als ich? Hat er nicht, weißt du, aber... Er hat nicht bessere Sachen, aber, aber er ist vielleicht halt besser. Da hinten sehe ich aus dem noch einen Namen. Da hinten kommt einer und der hat nur ein Goldschwert. Lass uns doch die beiden mal kämpfen sehen. Und dann schlagen wir den, den, den... Na, jawoll. Ja. Kämpft. Ich bin gar nicht da. Kämpft einfach. Kämpft einfach. Und dann ist der eine geschwächt. Und dann kill ich beide. Äh, dann kill ich den, den, der übrig bleibt. So, komm. Na? Okay. Entscheidet euch. Quats. Jetzt ist der eine tot und jetzt der zweite tot. Ha, ha, ha. Den hast du... Wow. Ja, so läuft das. Scheiße. Jetzt muss ich aber schnell mal... Jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich hier auf dem Präsentierteller. Jetzt bin ich hier auf dem Präsentierteller. Hello. Erstmal hier sortieren. Freue ich nicht. Ja, ich hab einen Bogen. Jetzt kann ich den hinten abschießen. Oh, ich hab voll Angst, dass jetzt jemand irgendwie von der Seite hier reinkommt. Und mich wegballert. Das wär voll kacke. So, erstmal... Das reicht erstmal mit wegtun. Ha, ha, ha. Irgendjemand hier? Na? Wer will nochmal? Wer hat noch nichts? Was liegt denn hier noch so? An einsammelnswerten Sachen. Ein Steinschwert brauche ich aber nicht, ne? Ja. Ja, komm. Nee, ist egal, man. Ist Waynestons. Aber ich werfe hier nochmal ein bisschen mehr Scheiße hin. Für die, die das aufsammeln wollen. Ne? Dann haben die noch mehr Scheiße zu sortieren. So viel Scheiße. Vielleicht lag da sogar jetzt irgendeine Rüstung, die ich ganz vielleicht noch hätte gebrauchen können. Aber die ist mir jetzt auch mal Waynestons. Da hab ich lieber ein normales, äh, äh, ein gut aufgeräumtes Inventar. Als, äh, als, 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 äh, als hier so viel Dreck mit mir zu führen. So, jetzt geht's aber ab zum... Oh, und es wird langsam. Wird es schon dunkel, ne? Ja, da knackt sich dem ändern. Dann sollten wir auf jeden Fall wieder... Zurück kann ich da durch? Nein, da kann ich nicht durch. Ich muss nämlich jetzt zum, äh, zum Flughafen. Nicht zum Bahnhof, zum Flughafen. Äh, wo war denn der Flughafen? War der auf der anderen Seite? Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich dachte, ich kenn mich ja aus. Anscheinend kenn ich mich nicht aus. Der hinten ist er aber doch, glaub ich, auch nicht. Höh? Kacke? Oh, hier sind noch mehr Sachen. Welche coolen Sachen? Weiß nicht. Äh, qual ist er nicht. Der hinten ist auch der Flughafen, oder? Jawohl, da ist doch die Laber. Jawohl. Da ist der Flughafen. So seht ihr das. Ba, 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 ba. Aaaaaah. Aaaaaah. Kacke, mein Leben regeneriert sich gerade nicht. Also, ich bin voll, aber es regeneriert sich nicht, falls ich das gebrauchen könnte. Nein, er läuft weg, er läuft weg. Super. Weil, warum soll ich den killen, wenn ich hier noch einen leichten Kill vor mir habe, sozusagen? Oder gab es da gerade einen Kampf? Ich habe das nicht genau gesehen. Auf jeden Fall. Killen wir den jetzt. Haha. Hallo. Nein, der ist schon weg. Oh, schade. Ich dachte, der hätte gewartet. Schade, ja, sonst hätte ich ihn jetzt hier so weggebasht, sag ich euch, ja? Ich habe euch gezeigt, dass ich es geschafft hätte. So, jetzt aber schnell nochmal was essen. Guckt, ne, erstmal einen goldenen Apfel, um zu gucken, was der macht. Achso, der hat so das, ah, das Leben regeneriert sich jetzt dauerhaft so. Ah, das ist ja nett. Das ist ja cool, ne? Achso, aber nicht so lang, okay, nur so ein bisschen. Okay, ich dachte, jetzt so 30 Sekunden lang Regeneration. Trotzdem sollten wir uns merken und deswegen hier so genau dranlegen. Und noch hier TNT, so. So, so gehen wir in den Kampf, ja? So gehen wir in den Kampf. Gehen nochmal an den Rand die Pfeile, dass wir wissen, wie viel wir davon noch so haben. So, 20 Sekunden, mein Lieben, Johannes. Oder sehe ich da hinten den noch immer und kann ihn noch davor wegklatschern? Batsch, da ist er doch. Komm schon, Junge, komm schon, noch 10. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, ihn anzugreifen. Dann haben wir nur beide weniger Leben. Wenn er jetzt stehen bleiben würde, ne? Ah, komm schon. Der hat aber eine komplette Rüstung, aber nur aus Eisen. Oh, Kacke, okay. Ob das jetzt gut war? Der hat auf jeden Fall ordentlich verloren. Und ich habe nur zwei Herzen verloren. Wer weiß, ob das gut war? War das der? Ich glaube nicht, dass es der war. Was machen die da? Kämpfen, Junges. Kämpfen. Okay, jetzt habe ich meine verballert hier. Komm, Junge, was willst du? Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Das ist auch nicht so gut. Der da hinten versteckt sich. Ich würde es erstmal sagen. Erstmal die hier. Erstmal die hier. Das war doch der, den ich gerade eben hatte oder nicht. Den ich gerade eben hatte oder nicht. Oder den ich nicht hatte. Nein. Schade, 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 schade. Das war knapp. Der wäre, glaube ich, jeden Moment tot gewesen. Der dürfte jeden Moment tot gewesen sein. So. Bis jetzt? Wer von beiden ist jetzt gestorben? Ich weiß es gar nicht. Na ja, das war auf jeden Fall trotzdem eine nette Runde Survival Games. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine Anmerkung. Die Lava sieht gar nicht schlecht aus. Wow, wow, wow. Mit meinem Text. Das ist kein neues Text. Das ist ein normaler Text. Aber ihr wisst, was ich meine mit Shader. Aber die Anmerkung in eigener Sache. Der Web-Video-Preis läuft immer noch. Und wir brauchen da nochmal richtig ordentlich Stimmen. Link ist in der Beschreibung. votechand.dehner.tv Führt euch auch dahin. Da könnt ihr dann bei Facebook einmal auf den Facebook-Button klicken und liken. Auf Google-Plus-Button liken. Jedes zählt eine Stimme. Auch wenn ihr alles drei macht, ist es drei Stimmen. Und der Twitter noch. Wir brauchen da jede Stimme. Denn da sind noch ein paar andere Kandidaten, die da noch vor uns sind. Ich würde mal sagen, wenn wir da bis morgen... Der Zähler aktualisiert sich da immer nur einmal in der Nacht irgendwie so. Wenn wir da bis morgen, sag ich mal, die 2000 Votes knacken. Dann mache ich nochmal einen ordentlichen Livestream am Wochenende, ja? Schaffen wir das? Ich hoffe, wir schaffen das. Ich hoffe, wir schaffen das. Wir packen das, Junge. So sieht es nämlich aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Voten. Mach's gut. Ciao.